Irgendwer legt da, come on, echt jetzt? Das hätte ich machen können, da war einfach kein Platz für mich. So, ist noch nichts vorbei, ist alles noch ganz, glaube ich, nehmen wir einen Flügelschaden, oder? Ja, leicht gelb, oder? Aber so, dass es nicht reparieren wird, ist nicht merklich. Haben sie das Schild ganz weg gemacht, oder hat es jetzt schon wieder wer weggefahren? Ja. 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 In der Linkskurve merke ich den Flügel. Ganz, ganz leichten Damage, aber so, dass er mich keine 5 Sekunden kostet, glaube ich. Rechts vorne. Die Flügel. 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 Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Our gap to the car in front is 1.6 seconds. We're trailing our teammate by 3.6 seconds. Let's turn up the ERS deployment. 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 Let's keep it up. Let's turn up the ERS deployment. Let's turn up the ERS deployment. If you think you can get past, increase ERS deployment to overtake mode. Let's turn up the ERS deployment. Let's turn up the ERS deployment. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber es ist halt jetzt mega unglücklich. Aber egal. Gibt es ein ganzes Rennen. Ich bin knapp dran, habe keinen Schaden. Ja, vielleicht hat die Session verlassen, ist aber wieder rein. Also er ist schon wieder da. Ja. 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 Da wäre ich halt doch in Runde 13 schon rein. Dann hätte zwar der Safety Car den Vorteil nicht gehabt, aber ich wäre nicht Double Stacked gewesen. Na, Flash ist noch nicht wieder drin. Da ist immer noch die AI, die für ihn fährt. Okay, aber ich habe gelesen, dass Flash der Session wieder beigetreten ist. Na, jetzt ist er wieder da. Ich weiß nicht, wie weit der Oxygen jetzt da vorne ist. Ja, echt vier Positionen, die mich das gekostet hat. Safety Car is in this lap. Safety Car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature. And remember, there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. What the hell? Green flag. 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 Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. The ERS deployment is in the air. The ERS deployment is in the air. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, clear Ok, clear Right, we need to get past here, use overtake, use overtake Right, we need to get past here, use overtake Right, we need to get past here Right, we need to get past here in 15 min Right, why not? Right, right, we need to get past here, usehovah'samt Right, running速度 glaube ich an drum Right, we need to get past here to set past here Untertitelung. BR 2018 Was? Okay, copy that. Muss er außen von ihm sein, weil er geht an die Box. Muss er außen von ihm sein, weil er geht an die Box. Muss er außen von ihm sein, weil er geht an die Box. So, jetzt mal ein bisschen weiterkommen. BAS sparen anfangen. Die nächste Kurve fahre ich gerade gar nicht mehr schön. BAS sparen anfangen. BAS sparen anfangen. Ja, ich fahr nicht mehr rein. Krass, das untersteuern habe ich in Kurven 1 und 2. Erfan, Servus. Irgendwas habe ich gehört. Vielen Dank für den Subscribe. Nice. Ich habe leider ein bisschen wenig Zeit heute, später dann, nach dem Rennen. Wir sind glücklich mit der aktuellen Tire-Condition. Sie sollten noch lange dauern, also nicht überrascht. Wir sind glücklich mit dem Rennen. Dann das Auto über die Vorderachse schiebt. Also wenn man einschlägt und das Auto fährt quasi gerade weiter oder schlägt halt nicht so stark ein. ... 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 Mir hat es mich schon ewig, glaube ich, nicht mehr rausgedreht. Sie sind auf Old Softs, ihre Tyres sind 7 Laps old. Die Zeit der letzte Lamp war 1.13.6. Sie haben ein Zeitpunkt von 6.0. Sie haben ein Zeitpunkt von 6.0. Sie haben ein Zeitpunkt von 6.0. Wir bauen ganz dringend einen Safety Car. Sie haben ein Zeitpunkt von 6.0. 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 Sie sind auf 10.0. Sie sind auf 10.0. Die Zeitpunkt von 6.0. Sie haben ein 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 Zeitpunkt von 6.0. Fuel to mix 2. Gap to current front is 4.1 seconds. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, ich bin zu weit Jetzt habe ich echt nicht mehr den Bot überholt Come on Warum, 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 warum Flash wurde vierter Bruder macht noch Donuts Spawny, Servus Kann man das irgendwie abbrechen Ja, das war echt ein Rennen zum vergessen Wie mir das jetzt ärgert, schau ich gut ran Hm Hm Schade, schade Hat das jemand geklippt, ich würde das echt gerne sehen Was ich da verbockt habe Die hatten alle Strafen auch noch da vorne Schade Schade Schade